Ein Mensch lebt durchschnittlich 27.375 Tage. Das ist alles und nur wenn wir Glück haben. Wir wollten nur mal kurz Hi sagen. Normalerweise bin ich witzig und charmant. Wer weiß es? Alles klar. Wie gefällt dir ist das besser? Ich komme viel schlimmer als... Okay, wie wäre es mit ihr? Das war eine furchtbare Idee für ein Date. Oh, das ist also ein Date? Nein. Zieh bei mir ein. Ich schmeiß dich raus, wenn man mit dir nicht wohnen kann. Jan, dein Mann. Ich weiß, oder? Würde ich in meinem Restaurant servieren. Die Küche wartet, Chefkoch. Gut, Bestellung fertig. Ich wusste nicht, wie sehr ich jemanden lieben kann. Richtig lieben kann, bis ich dir begegnet bin. Ich wollte nie etwas mehr, als dass du meine Frau wirst. Ihr brauche ich nicht an meinem Hochzeitstag. Saul? Hey, wenn die Nachrichten schlecht sind, holen wir uns einen Hund. Sag sowas nicht. Wir kriegen gute Nachrichten. Er gehört uns. Sie haben Krebs gefunden. Und er hat gestreut. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Vielleicht sollten wir das alles absagen. Die Hochzeit? Das ist mir gerade etwas zu viel. Wir wussten, dass es schwer wird. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich kann dir das nicht antun. Du hast nichts zu entscheiden, wann ich aufgebe! Darf ich für mich entscheiden? Nicht allein, jetzt nicht mehr! Es wird der glücklichste Tag unseres Lebens. Danke, dass du mir gezeigt hast, was Leben ist. Was zu Hause ist. Du gibst mir das Gefühl, dass ich alles schaffen kann. Wir können alles schaffen. Die Chancen stehen 1 zu 5, dass ich draufgehe. 4 zu 5, dass du lebst. Jeden Morgen wache ich auf und ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich für uns. Ich gebe ehrlich zu, mich kriegt dieser Trailer. Ich finde die erste Minute richtig schön und dann gibt es diese Falltiefe und diesen Abgrund, in den wir hineinschauen. Und sicherlich haben viele von euch eben auch genau diese Angst, den Menschen, den wir am meisten lieben, zu verlieren und einen ganz bitteren gemeinsamen Weg am Ende gehen zu müssen. Und damit war das hier der Trailer zu All My Life Liebe. Als gäbe es kein Morgen, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 10. Dezember 2020 in die deutschen Kinos bringt. Drama und Romanze mit Jessica Ruff in der Hauptrolle. Die kennen einige sicherlich aus den beiden Happy-Death-Day-Filmen. Und erzählt wird hier die Geschichte von Jen Carter und Soul Chow. Die lernen sich in einer Bar kennen, die sind sich auf Anhieb sympathisch, beieinander wird eingezogen, es wird ein Hochzeitsantrag gemacht, es soll geheiratet werden. Er hat dann aber Krebs im Endstadium und das bedeutet, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Familie und Freunde wollen durch ein Fundraising noch irgendwie schaffen, dass auf die letzten Meter geheiratet werden kann. Und dass das natürlich hochdramatisch ist, eine Beziehung absolut auf die Probe stellt und dass das einfach so, so wehtun kann. Und gerade so ein Genre-Film, der auch sehr auf die Tränendrüse drücken kann, ist klar. Aber ich sehe Jessica Ruff richtig gern. Ich finde auch, dass sie Harry Shum Jr. einen ziemlich guten Eindruck macht in dieser Konstellation. Und wer empfänglich ist, den für so ein romantisches Drama. Und ja, ich bin das, muss ich sagen, nach diesem Trailer möchte ich gern diesen Film sehen. Auch wenn ich da nicht besonders happy rausgehen werde aus der Nummer, zumindest beschleicht mich dieses Gefühl. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Funktioniert der in Anführungszeichen bei euch? Also trifft ihr euch emotional oder sagt ihr wieder so ein Film in so eine Richtung? Das brauche ich nicht. Lasst mich gern in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Bis zum nächsten Mal.